Krieg ist zuerst die Hoffnung, dass es einen besser gehen wird. Hierauf die Erwartung, dass es dem anderen schlechter gehen wird. Dann die Genugtuung, dass es dem anderen auch nicht besser geht. Und hiernach die Überraschung, dass es beiden schlechter geht. Das hat Karl Kraus gesagt. Liebe Zeitreisende, ich bin Silke und ich sage euch, heute ist der 20. 20. 5. 2017 und vor 100 Jahren war der 20. 6.5. 1917. Bühne frei für die 65. Ausgabe von vor 100. Ja, hallo. Hier ist der Luis und der Steffen. Hallo, liebe Hörerschaft, liebe Zeitreisende. Ja, und zwar heute reisen wir in der Zeit, denn heute ist langweilig. Die Vergangenheit ist spannend und der Steffen sitzt schon bereit im Ohrensessel bei mir zu Hause. Ja. Und ich sitze an meinem Schreibtisch umgeben von Bildschirm, Gizmos, Mikrofon und mit dieser die Kommandozentrale. Und eine Drohne liegt hier vor dir. Auf meinem Schreibtisch liegt auch eine Drohne mit Herrensteuerung und ein goldenes Buch von 1917 draufsteht. Und die Memoirien von Generalfeldmarsch von Hindenburg in der Ausgabe von 1920. Das ist ein perfekter Einstieg in vor 100. Ja. Es wurde schon erwähnt von der Silke mit besser gehen und nicht besser gehen. Wollen wir gleich mit den Hausmeisterthemen anfangen? Wir wollen doch mal erwähnen, dass Karl Gauss großartig ist. Wenn du das sagst? Ja. Dann stimmt das. Danke. Kurze Strukturierung. Wir haben gleich zwei Minuten Hausmeisterthemen. Begrenzt durch eine Eieruhr, die ich mal wieder vergessen habe, aber durch YouTube ergänzt wird. Begrenzt auf zwei Minuten, weil Podcasten reden gerne über sich selber. Bei uns zumindest begrenzt auf zwei Minuten, nicht länger. Und danach haben wir aus heutiger Sicht die Themen von heute vor 100 Jahren. Und dann würde ich sagen, Steffen, bitte nehme das iPad, gehe auf YouTube und mache die Eieruhr an auf zwei Minuten. Es gibt tatsächlich Videos von Eieruhrern. Ich fange an. Passiert nichts. Das ist schlecht. Das ist der Vorfeld. Drück mal auf Play, das hilft. Jetzt. Ich habe auf Play gedrückt. Ja, jedenfalls. Wir sind hier bei mir, wie gesagt, zu Hause und ich würde mal sagen, es ist scheiße warm heute. Bei dir sowieso immer sehr warm in deiner Wohnung. Nachgeschoss, da steigt die Wärme nach oben. Ja, ja. Dann zum Thema gut gehen und besser gehen. Wir sind, du bist jetzt leicht angeschlagen. Ich war letzte Woche leicht angeschlagen. Ja, außerdem, wir waren gerade ein Kebab essen draußen auf der Straße. Und da kam jemand zum Tisch zu uns, hatte Tasche mit Laptop genommen, die volle Kanne auf den Tisch geknallt. Also richtig so rums. Ich habe angefangen, laut auf Russisch zu reden, zu welchen, die kein Russisch konnten und die alle begrüßt. Das waren noch keine zwei Minuten. Die Eieruhr läuft noch weiter. Das waren noch keine zwei Minuten. Bei uns funktioniert alles. Ja, das war ziemlich komisch. Ja. Ja, ein seltsames Umfeld. Aber meine Nachbarn sind ja noch schlimmer. Dann ist uns etwas aufgefallen. Und zwar lassen wir uns ja das Wetter von der Kirsten immer einsprechen und das Intro von der Silke. Und irgendwie sind bei den letzten kommenden Folgen sind die Daten falsch. Also ist das Datum jeweils um eine Woche verschoben. Deshalb in den nächsten Folgen werden wir das Datum ändern müssen, beziehungsweise das Wetter wird ausfallen. Ja, weil wir nehmen immer alles im halbes Jahr im Voraus. Auch genau. Und irgendwie sah unsere Planung vor, dass wir nochmal eine kleine Pause haben wollten, die wir jetzt gar nicht eingehalten haben. Ja, genau, weil wir immer ein halbes Jahr alles im Voraus hier planen müssen. Daher nicht wundern, dass auch in den nächsten Folgen immer so das Datum von Silke eingesprochen wird von uns. Ich könnte ja auch einfach mal jetzt anfangen, General Feldmarschall von Hindenburg zu zitieren. Mein Abschied. Wir waren am Ende. Wie Siegfried unter den hinterlistigen Sperrwurfen des grimmigen Hagen, so stürzte unsere ermattete Front. Vergebens hatte sie versucht, aus dem verliegenden Quell der heimatlichen Kraft neues Leben zu trinken. Das ist quasi der einleitende Satz im letzten Kapitel seiner Memoarien. Oh, die zwei Minuten sind um. Ja, da mit Luis sind die zwei Minuten rum, es tut mir leid. Ja, also. Liebe Hörerschaft, ich muss mich damit auch immer rumbringen. Da haut der Luis auf einmal irgendwelche Hindenburg-Zitate rum, mitten in der Unterhaltung. Ja, also das zu lesen ist interessant, hat aber schon einen gewissen Trash-Faktor und man sollte es auch nicht ganz so ernst nehmen. Genau. Gut, lass uns mit den Themen von heute vor 100 Jahren anfangen. Ja, vor 100 Jahren war ja der 20.05.1917 und da haben wir auch eine Meldung, Luis. Und da meintest du, uh, Steffen, die will ich unbedingt drin haben. Handelt von einem deutschen Maler, nämlich Georg Rosch. Genau. Und der wird heute vor 100 Jahren als dienstuntauglich aus der Armee entlassen, weil er nämlich in einer Heilanstalt einen Feldwebel täglich angriffen. Der konnte auch nur noch, also es war schwer, ihn davon abzuhalten, diesen Feldwebel ordentlich zu verletzen. Und jemand musste auch ordentlich für ihn einspringen, damit er nicht erschossen wird. Ja. Aber dieser Maler, Luis, ist der sehr bekannt? Was hat das mit diesem Maler auf sich? Ja, und zwar dieser Maler. Wir hatten ja mal eine Kooperationsfolge mit Kunst und Horst. Vor ungefähr einem Jahr sogar? Ja, vor ungefähr einem Jahr. Das war genau im Frühjahr, richtig, im Frühjahr 1917. Meinst du im Frühjahr 2016? Im Frühjahr 2016, ja, richtig. So lange lebst du noch nicht. Ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl, das stimmt wohl, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Kunst und Horst ist ein Podcast, der ist höchst spannend. Ja. Die Daniela Ishorst, die geht immer mit jemand anderen in Museen und ich glaube, eine der letzten Folgen war auch mit dem Aiuvo, mit dem wir hin und wieder bei damals TM zusammen podcasten, eine höchst interessante Folge übrigens. Genau, das ist die Folge 41, verlassen im Wald vom 07.05.1916. Die war von uns und da haben wir am Ende dann noch die Podcast-Folge von dir mit Daniela Ishorst mit hinten ran gehangen. Richtig. Denn du warst bei ihr zu Gast. Und ich war in Australien damals. Nicht, als du mit Daniela Ishorst warst, das ist jetzt alles sehr verwirrend, liebe Zeitreisende, aber ja, du warst mit Daniela Ishorst im Museum. Richtig. Und dort haben wir uns zwei Bilder angeguckt und das eine war von Georg Grosch, das ist ein bekannter Maler aus dieser Zeit. Und da haben wir seine ganze Geschichte erzählt, das Bild, ich kann mich noch dran erinnern, das war… Irgendwas mit Perspektiven, dass das ganz verschoben war. Ja, also es war grausam anzusehen. Also er war ein Kriegsfreiwilliger, am Anfang begeistert für den Krieg, wie viele Intellektuelle seiner Zeit und hat dann so fratzgenachte Bilder gemalt, wie er den Krieg wahrnimmt. Und die waren sehr düster, sehr traurig, bedrückend, grausame Farben mit Perspektivwechseln, die den Betrachter durcheinander bringen. Und was jetzt halt spannend ist, wir haben in der Folge seine Lebensgeschichte erzählt und dass er halt wahnsinnig wurde, dann aus der Front entlassen wurde, dass Kriegs untauglich wieder eingezogen wurde und er konnte halt nicht mehr kämpfen, er wollte an diesem Schlachtefest nicht mehr dran teilhaben. Und normalerweise wird so einer erschossen, weil es ist ja ein Deserteur, weil ich meine, man kann ja nicht, ich meine, es gab sicherlich auch einige andere, die, ich will das nicht verteidigen, aber in der Logik des Krieges wird so einer erschossen. Auch kein Aber, sowas ist schlimm. Das war üblich bei allen Seiten, sowohl bei den Deutschen, bei den Briten, als auch bei den Franzosen. Wenn jemand Deserteur war, dann wurde der erschossen. Weil man kann nicht bestrafen, will man jemanden, der in der Hölle liegt, an der Front, im Schützengraben, im Knast stecken, da lacht er dich aus, das ist ja für den ein Jackpot. Ja, die Gefahr war vor allem, dass andere dem das gleich tun. Deswegen werden die eigentlich erschossen und er hat es geschafft, nicht erschossen zu werden, sondern in die einzige andere Möglichkeit, das zu überleben, in eine Nervenhaianstalt zu kommen, in dem sie ihn viel verrückt erklärt haben. Das war die einzige andere Möglichkeit, dass er verrückt wurde und das hat er zu verdanken, der Fürsprache von Steffen. Von Harry Graf Kessler. Ja, Harry Graf Kessler, das habe ich mir heute mal angeschaut, der ist sehr bekannt, das war ein Kunstmizin, der war mit einem silbernen Löffel geboren, sehr, sehr reich, hat mit 19 eine Weltreise gemacht, Künstler gefordert. Daher kannte er auch Georg Grosch, der stand aus einer einflussreichen Familie und konnte offensichtlich dann seinen Künstlerfreunden helfen, dass sie nicht erschossen wurden. War, wie ich ganz in das Hand fand, im Weltkrieg in der Schweiz eingesetzt und hat versucht, über die Schweiz mit Frankreich über einen Frieden zu verhandeln, so über die Hintertür. Das ist aber ganz gefährlich. Und hat auch Aussagen getroffen, die relativ sinnvoll sind, zum Beispiel, dass Frankreich ja für Elsass-Lothring nicht verzichten wird. Und wenn man hier jetzt Frieden möchte, sollte man über einen Sonderstatus für Elsass-Lothring nachdenken, weil ansonsten kriegen wir hier nicht den Druck drauf. Ja, das stimmt tatsächlich aus der heutigen Sicht. Das werden aber einige Zeitzeugen aus seiner Zeit nicht gern gehört haben wollen, vor allem aus dem Militärbereich. Das stimmt. Also Harry Graf Kessler ist super, super interessant. Der hat 53 Jahre lang ein Tagebuch geführt, gibt es zu kaufen, auch bei Amazon, in beliebigen Ausgaben. Er hat alle Koryphäen seiner Zeit gekannt. Einstein, alle Politiker, hat sogar Bismarck getroffen. Und alles, weil er halt sehr gut vernetzt war, viel gereist ist. Ein Kosmopolitium, so jemand wäre heute Europäer. Er war aber auch am Anfang, wie alle Intellektuellen, doch für den Kriegs begeistert und von der reinigen Defekte des Kriegs überzeugt. Also selbst den. Und ich habe mir auch vorgenommen, mir mal sein Tagebuch mal anzugucken. Die Originalausgabe sind irgendwie neun Bänder, ah, 60 Euro. Oha. Aber es gibt auch konzentrierte Ausgaben. Aber ich werde auf jeden Fall was dazu verlinken, die es interessiert, Harry Graf Kessler und Georg Grosch. In jedem Fall interessiert Folge 47. Von vor 100. Ja. Ja, vielleicht gibt es ja von den Tagebüchern auch so diese Reklamheftchen. Das glaube ich nicht, die sind sehr, sehr umfangreich. Aber ich sehe, du hast da noch ein anderes Buch vor dir zu legen. Luis, hat das auch was mit dem Herrn Grosch zu tun? Nee, überhaupt nicht. Ich habe nämlich im Januar und Februar bestimmt fünf, sechs Bücher über den Thema Ersten Weltkrieg gelesen und noch gar nichts dazu erzählt. Jetzt habe ich lieber eins davon mir rausgenommen, weil wir kamen auch gar nicht dazu. Das ist von Anton Holstasser und das ist ein Fotobuch. Hier ist der Erste Weltkrieg in Bildern erklärt. Also das ist der Typ, von dem das Zitat am Anfang dieser Sendung stand? Nein. Nein, wer war das? Das ist Karl Gauss. Ah, beide Karls. Nee, der Autor aus Anton. Anton Holstner. Hier komme ich gerade auf Karl. Ich weiß es nicht. Liebe Zeitreisende, Steffen hört heute richtig gut zu. Ist ein Publizist und Schriftsteller. Nee, doch, das Gleiche. Er ist ein Fotohistoriker, geboren 1964 aus Wien. Ja. Der Anton Holstner. So, und der mag Bilder. Ich habe noch ein zweites Buch von ihm. Der beschäftigt sich gerne mit Bildern, besonders mit historischen Bildern und über die Macht von Bildern im historischen Kontext. Das Buch sind sozusagen irgendwie 150, 140 Seiten voller wirklich interessanter Bilder. Im ersten Weltkrieg auch Bilder, die man sonst nicht so kennt. Vor allem auch aus Österreich-Ungarn. Auch kommentiert? Nein, sondern mit Versehen, mit Auszügen von Karl Graus. Das war sein berühmtes Stück, die letzten Tage der Menschheit. Also haben wir da wieder Karl Graus. Ein Drama. Das ist ja quasi das Eingangszitat dieser Folge. Jetzt haben wir den Karl. Und es ist sozusagen eine Satire aus seiner Zeit errechnet, mit Kriegstreibern ab, mit den Kommandanten, den Profiteuren. Und quasi hat ein Drama geschrieben darüber, also so eine Art, und hat die Zeit getrollt. Die letzten Tage der Menschheit, den ganzen Weltkrieg. Das hat der Karl Graus gemacht. Genau. Und dieser Fotograf jetzt, hat sich jetzt Zitate aus diesem Werk genommen und hat dazu Bilder gemacht. Karl Graus ist super, genau. Das ist auch ein Österreicher aus Wien, der hat so einen richtig schwarzen Humor. Also das muss man mögen, ist richtig schwarz. Also schwarz wie die Nacht, scherzer geht es nicht. Scherzer als die Nacht, dunkler als die Nacht, hatten wir mal als Sendungstitel. Ja, ja, genau. Gut, und das Buch hast du jetzt durch, du hast jetzt zwei Bücher von ihm, ist jetzt dieses zweite Buch. Auch nach dem Motto, ich nehme mir Zitate aus den Werken von Karl Graus und stelle dazu Fotos bereit, Bilder bereit. Nee, das andere Buch heißt Das Lächeln der Henker. Das wurde auch mal in Zeitgeschichten von WDR vorgeschlagen. Das würde ich mal in der nächsten Folge gerne besprechen. Ich würde sagen, beim ersten Buch. Du meinst WDR Zeitzeichen? Ja, WDR Zeitzeichen. Ich würde nur ganz kurz zwei Stellen aus dem ersten Buch darstellen, damit der Hörer einen Eindruck bekommt, worum es geht. Und dann gehen wir auch zum nächsten Thema über. Ja. Und dann wird es halt verlinkt. Welche Stelle würdest du denn aus dem Buch hier vorstellen wollen? Danke, Steffen. Genau, genau das wollte ich. Ich habe mir den Zaun vergewunken und du hast es ja. Super. Ja, und zwar eine Doppelseite, wo draufsteht, ich war ein Wald, ich war ein Wald. Und da sieht man rechts einen zerschossenen Wald. Und links, ich war ein Wald, ich war ein Wald und dazu ein Gedicht. Und Steffen, ist das okay, wenn ich dieses Gedicht vortrage oder werde ich verprügelt? Du darfst gerne dein lyrisches Ich zur Geltung bringen. Ja, und zwar das Gedicht heißt Der tote Wald, ist halt aus diesem Stück Die letzten Tage der Menschheit. Von Karl Gauss. Und den, also ich laufe den regelmäßig über den Weg. Der Chefredakteur vom Handelsblatt, wieder Themensprung, der mag den total. Und lässt ständig Zitate von Karl Gauss einfließen. Also man trifft den manchmal. Wenn man Handelsblatt liest fleißig, trifft man auch Karl Gauss. Also ich jedenfalls. Wer tut das nicht? Ja, jedenfalls ein Gedicht aus diesem Drama ist Der tote Wald. Und wie gesagt, in diesem Bild hat man halt ein Bild von dem toten Wald und das Gedicht dazu. Das muss man mögen. Ich habe mir das halt dann immer abends auf ein Bier nach der Arbeit mal angeguckt im Winter, als es ziemlich dunkel draußen war und kalt. Das ist genau die richtige Atmosphäre, um sich so einem Werk zu widmen. Ja, total heimlich. Also wie gesagt, ich sage immer jedenseits. Der tote Wald. Durch eure Macht, durch euer Mühen, bin ich erkraut. Eins war ich grün. Seht meine jetzige Gestalt. Ich war ein Wald. Ich war ein Wald. Schön, wie du das auch mit dieser verschnupften Stimme sagst. Ja, ich bin erkältet. So. Ja. Also wer mehr davon möchte, ist in diesem Buch genau richtig. Ich finde es ganz witzig. Aber du möchtest jetzt keine Gedichtinterpretation von mir. Nein. Dankeschön. Ich würde jetzt zur zweiten Szene ausgehen, die ich mir ausgedacht habe, weil das ist ja eine Mischung aus diesen Zitaten von diesem Drama. Ja. Und halt mit Bildern zusammengestellt von einem Fotohistoriker. Und so ein Fotohistoriker, das ist ja ein Job, wie jeder andere auch. Und was hat ja zu tun, der versucht, allen klarzumachen, was Bilder quasi für eine Wirkung haben. Und hier zum Beispiel sehen wir quasi ein Bild, wie Kaiser Karl, das ist der nach Franz Josef, der da kam. Steffen musste gerade das Gen unterdrücken. Tut mir leid. Du bist total begeistert. Jedenfalls ist das zweimal das gleiche Bild. Einmal fährt der Kaiser Karl an so staubigen Österreich-Ungarisch-Truppen vorbei. Einmal in Laufrichtung und einmal gegen Laufrichtung. Was würdest du vermuten, welches Bild haben die veröffentlicht? Das Bild mit dem, ich weiß nicht, ob das jetzt Innenlaufrichtung oder Gegenlaufrichtung ist, aber dieses Bild mit dem, mit dem Innenlaufrichtung müsste das sein, ne? Genau, Innenlaufrichtung, weil ich meine, dass quasi der Kaiser Karl mit an die Front fährt und nicht weg. Natürlich. Das ist ja eine wichtige Botschaft. Ja, und auf diesen Fakt weist uns der Autor hin. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das spektakulär anhört, aber voller solcher kleinen Dingen ist halt dieses Buch. Wir werden es verlinken, wem das interessiert. Ich würde auch sagen, wir gehen jetzt, also weil... Aber das erinnert mich an das Buch Krieg dem Kriege von Ernst Friedrich. Genau. Wo wir übrigens auch mal eine Episode dazu hatten. Wir waren ja mal mit der Ulrike vom Exponiert-Podcast Berlin im Antikriegsmuseum. Das wird ja vom Enkel von Ernst Friedrich gemacht und der hat ja auch ein sehr bekanntes Antikriegsbuch namens Krieg dem Kriege gemacht und da sind auch so, das ist sozusagen ein Taschenbuch und da hast du dann auch links und rechts immer so Gegenüberstellungen von, zum Beispiel links sind dann ganz viele Soldaten im Graben und rechts sind dann die Herrschaften, die das koordiniert haben bei einer T-Stunde zu Hause. Genau und auch dieses Buch referenziert der Autor, der Anton Holzer, sehr oft auf Krieg dem Kriege und ich habe das dann gelesen und gesagt, ja, ich kenne das, ich kenne das, ich kenne das. Sehr gut. So schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis. Wenn wir das kennengelernt haben. Der ewige Kreis. Nein, singe bitte jetzt nicht. Okay. Ich kriege sonst wieder die E-Mails, weißt du? Ja. Gut. Wie schaffen wir jetzt den Bogen zu Australien? Apropos Australien. Ich war ja in Australien, als wir die Folge mit Georg Rosch rausgebracht haben. Stimmt, ja. Und wir haben eine Meldung von Australien vom 11.05.1917. Ja. Also neun Tage her, aus der Sicht von vor hundert Jahren. Genau. Und da behauptet doch tatsächlich der australische Ministerpräsident, übrigens damals William Warren's Hutchins, das Land Australien sei für die weiße Rasse bestimmt und der gelben Rasse würde jede Ansiedlung untersagt werden. Du meintest, das stimmt heute immer noch so. Nee, 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 das stimmt heute nicht so. Aber du meintest, dass... Man müsste den Begriff Rasse streichen, das ist ein bisschen politisch korrekt der Ausdrücken. Aber dass man auch heute Angst hätte vor, ich sage mal, Asien. Ja, also ich meine, in Australien leben sehr wenig Menschen. Ich sage mal jetzt 30 Millionen, ohne es zu wissen. Wahrscheinlich leben da mehr Schlangen als Menschen. Jeweils da leben im Verhältnis zu, dass es ein eigener Kontinent ist, selbst nicht viele Menschen, um es mal so zu formulieren. Aber in Asien leben sehr, sehr, sehr viele Menschen. Und der Australier hat das Land von Aborigines geklaut und jetzt hat er halt Angst, dass quasi Asien sein Land schon übernimmt. Das ist vergleichbar mit bei uns, dass sozusagen der Immigrant das Deutschland übernehmen würde. Der ominöse Immigrant. Das ist so die gleiche Richtung. Aber ich wollte nur sagen, dass das heute wie vor 100 Jahren ein Thema war. Das ist jetzt, wir wollen ja auch nicht weiter reingehen. Ja. Also wir fanden die Meldung nur witzig, dass sowohl vor 100 Jahren als auch heute da Ängste bestehen. Denk, Schemata verändern sich nicht. Am gleichen Tag übrigens, und jetzt kommen wir mal zu der Schweiz, zu Großbritannien und zu den USA, denn die geben nämlich Alter bekannt, in dem sie Menschen für wehrtauglich befinden. Egal wie sie eingesetzt werden sollen, sie werden erstmal für wehrtauglich befunden. Und die Schweiz stimmt ab, dass tatsächlich Männer, oder man kann auch schon sagen Jungen, im Alter von 16 bis 60 Jahren für kriegsdienstpflichtig erachtet werden. Ja. Finde ich eine sehr, sehr große Spanne. Ja. Bis 60 Jahre. Natürlich werden dann diese… Und 16, ich finde auch 16 jetzt nicht gerade alt. Nee. Das war, wir werden gleich noch auf eine andere Buchbesprechung kommen, da wird das Alter vor 18 eine Rolle spielen. Ja. Und ja, mit 16 Jahren, wenn ich mich zurückerinnere, wie ich mit 16 Jahren war, da war ich auf jeden Fall nicht kriegsdienstfähig. Heute vielleicht auch nicht, aber damals noch weniger. Genau, ich glaube, wenn man mir ein Gewehr gegeben hätte, hätte ich rumgeraden und gesagt, guck mal, was ich hier habe, guck mal, haha. So. Ich hätte es wahrscheinlich gar nicht angefasst vor Angst. Ja, weiß nicht. Weil da kommt ja Feuer raus. Weiß ich nicht. Also, falsches Alter. Gut. Dann kommen wir zu den Briten. Und die ziehen gleich nach und sagen auch, hey, da habt ihr voll recht, in der Schweiz, die Generalmusterung von allen 16- bis 60-jährigen Männern soll jetzt verfügt werden. Ja. Muss man dazu sagen, bei Kriegsausbruch galt noch in Großbritannien das Alter 18 als Mindesteinstiegsalter. Ja, das ist, also, das heißt ja erstmal nicht viel erstmal, heißt das nur, dass Männer in dieser Altersgruppe erfasst werden. So, darum geht es jetzt erstmal. Das heißt ja konkret noch gar nichts. Aber wenn man nicht drüber nachdenken würde, würde man diesen Schritt nicht unternehmen. Zumal ja auch, darüber werden wir auch gleich in dem Buch kommen, was ich vorstelle, zu der Geschichte, wenn jemand mit 16 Jahren erfasst wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch gewesen zu der damaligen Zeit, dass er trotzdem mit vor 18 Jahren am Krieg teilnehmen wird und auch in Schlachten teilnehmen wird. Ja. Genau, also man hat somit schon mal den Kontakt zu 16-Jährigen bekommen und konnte auf sie einwirken, sodass sie schon sich bereit erklärt hatten, überredet wurden, bevor sie 18 wurden, in den Krieg mit einzutreten. Dann haben wir die USA. Und auch kriegsdienstpflichtig heißt ja auch dann, weiß ich, Gräben ausbuddeln oder in die Fabriken gehen, die Modulation herstellen. Das ist ja alles Kriegsdienst. Oder Küchenjunge sein. Ja, deswegen. Ich wäre wahrscheinlich mit 16, ja, ein Küchenjunge geworden. Das weißt du alles nicht. Ja. Aber, naja, egal. Dann haben wir noch die USA. Und die USA ist in der Hinsicht sehr interessant, denn die ist vor 100 Jahren zwar in den Krieg eingetreten, aber sie kämpft noch nicht. Denn sie bereitet sich noch vor. Also, sie kämpfen, genau, nur verschwinden geringe, es kämpfen die Matrosen, die versuchen, die, so pleist, die Vorräte nach Europa zu kriegen. Aber es gibt noch keine nennende Truppenverbände in Europa. Genau, denn die USA ist erst im April eingestiegen in den Krieg, hat im Deutschen Reich den Krieg erklärt. Und die hat auch gesagt, mit welchem Alter sie werf, wer dienstfähige, wer, naja, also kriegsdienstfähige Männer erfassen möchte. Darf ich raten? Ja. Das ist alles Amerika. Das müssten ja dann nicht 16 bis 60 sein. Genau. 18 bis 44? Nee. Zu jung und zu alt. Sie nehmen tatsächlich nur Männer von 21 bis 30 Jahren. Wehrerfassung. Wie luxuriös. Ja. Das ist, also da spielt mit rein, dass die USA halt frisch eintritt. Die haben noch nicht so viele Verluste erlitten. Ja, die haben auch viele Leute und die haben ja auch ein anderes Militär schon immer gehabt, was auch, was weniger über die Manpower funktioniert. Und hier in der Meldung vom 18.05. wird gesagt, dass drei Millionen wehrpflichtige junge Männer einberufen werden. Also die USA ist halt deutlich größer. Ja. Mit drei Millionen kannst du erstmal schon was anfangen. Ich würde sagen, das deutsche Heer hatte schon an Spitzenzeiten acht, neun, zehn Millionen ungefähr. Ja. So alles vergleich. Das ist schon eine Größe. Ja, da haben wir kurz einen Exkurs gemacht zu Kriegsdienstfähiges Alter. Ja. Fand ich interessant. Dann haben wir noch eine weitere Meldung vom 12.05.1917. Das war heute vor acht Tagen. Und zwar haben wir da mal wieder etwas, wovon wir lange nichts mehr gehört haben, nämlich die Isonzo-Schlacht. Und da beginnt mittlerweile an der italienischen Front die zehnte Isonzo-Schlacht, die bis zum 17. Mai dauerte, also heute vor drei Tagen und hundert Jahren. Ja. Die Isonzo-Schlacht, Luis. Wann hatten wir da das erste Mal was von gehört? Das ist ja jetzt schon die zehnte Isonzo-Schlacht. Ja, das ist es auch. Das muss ja mit dem Kriegseintritt von Italien zusammenhängen. Das war im Mai 1915, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig. Und im Juni gab es den ersten Isonzo. Der Isonzo. Kann man das essen oder was ist das? Gute Frage. Das ist ein kleiner, kleiner Fluss, den kein Mensch kennt. Und zwar, da liegt er doch im heutigen Slowenien, wie auch alle Schlachten im heutigen Slowenien liegen. Man muss sich das so vorstellen. Moment, Moment, was meinst du jetzt mit alle Schlachten? Also wir haben ja, das ist ja jetzt schon die zehnte Isonzo-Schlacht und auch nicht die letzte, sondern alle zehn Lagen im heutigen Slowenien. Achso, okay. So, und da ist halt zufällig mehr oder weniger dieser Fluss und da wird immer gekämpft. Ja. Und diese Kämpfe waren allerdings nie so richtig erfolgreich. Denn die Österreich-Ungarn hat ja mehr Verteidigungskrieg betrieben. Genau. Beim Isonzo und die Italiener kamen irgendwie, die haben es nie so richtig geschafft, bis jetzt den Isonzo zu überqueren. Genau, weil die Front zwischen Österreich-Ungarn und Italien war etwas anderes als heute, weil Südtirol gehörte damals zu Österreich-Ungarn. Sprich, dieses Norditalien, das hat so eine Beule. Quasi das Trentino mit Trent geht bis an den Gardasee, wenn er mal Urlaub hatte, bis an die Nordspitze vom Gardasee. Ich fand das witzig, ich war selber im Gardasee, ich wusste, vor 100 Jahren an der Nordspitze stand ich hier in Österreich. Ja, ja. Und das war Österreich-Ungarn. Das hast du denn allen Anwesenden dort kundgetan und alle haben dich für verrückt erklärt. Nein, das nicht, aber das hat dich nicht besonders interessiert, wenn ich ehrlich bin. Oder das. Habe ich aber auch nicht persönlich genommen, aber ich fand das für mich interessant. Jedenfalls, das ist wie so eine Beule und dann gibt es so eine Beule von Italien, die quasi bis, sprich in die Alpen reinreicht und kurz vor Triest aufhört. Triest ist eine Hafenstadt an der Adria, wie Venedig halt auch und Triest war damals auch Teil Österreich-Ungarn. So kurz vor der Halbinsel Pola. Ich weiß halt nicht, ob man das durch Hören irgendwie schnallt, worauf ich hinaus will. Also ich denke, jeder weiß, wo die Adria ist. Genau. Und ja, wo Triest ist, ich denke, das kann man schon erahnen. So die letzten, sagen wir mal, 30 Kilometer Italien im Osten heute waren damals Österreich-Ungarn. Nur die letzten 30 Kilometer, also das ist nicht viel, aber da war halt Triest drin. Übrigens zur Hauptsitz einer sehr großen Versicherungsgesellschaft Generali, deswegen höre ich oft über Triest. Egal. So und Südtirol gehörte auch zu Österreich-Ungarn. Also es war im Norden und im Osten war Italien kleiner. Und das fand Italien halt auch doof und deswegen wollten die ja unbedingt in den Krieg eintreten. Und diese Gebiete war lang. Ja, das ist jetzt mittlerweile schon zwei Jahre her. Und dann gab es immer diese Offensiven. Also Italien wollte unbedingt Triest halt einnehmen in Slowenien rein. Da ist der Isonzo. Und deswegen gab es diese ganzen Schlachten, weil Offensive folgte gegen Offensive. Und jetzt vor 100 Jahren haben wir halt die zehnte Isonzo-Schlacht, die darin besteht, dass Italien diesmal angreift. Ja. Und vielleicht einfach nur ganz grob, in welchen Dimensionen wir hier reden. Wir tun immer so zehnte, achte, elfte, sechste. Man kann sich das nicht vorstellen. Wenn ich jetzt sage, dass es 430 Bataillone und 3800 Geschütze auf italienischer Seite und 210 Bataillone und 1400 Geschütze auf österreichisch-ungarischer Seite waren. Man sollte Zahlen eh immer weglassen. Aber man kann sagen, es gab in dieser Schlacht, die drei Wochen dauerte, 160.000 Mann Verluste auf italienische Seite, davon 36.000 Tote. Und 125.000 Mann Verluste auf österreichisch-ungarischer Seite, davon 17.000 Tote. Das ist viel. Und Österreich machte 27.000 italienische Gefangene. Und Italien griff an. Die hatten aber eine durchaus inkompetente Führung in Italien und aktuell eine sehr schwache Kampfmoral. Ja. So. Das ist die Lage vor Italien, 10. Sonnzelschlacht. Die heute vor 100 Jahren und drei Tagen zu Ende ging. Korrekt. Mit den genannten Folgen. Das heißt, es hat sich eigentlich im Großen und Ganzen mal wieder nicht viel entschieden durch die Sonnzelschlacht. Genau. Und wir können den Kreis schließen. Viele Bilder aus meinem Buch, was ich vorgestellt habe, sind von den Sonnzelschlachten, weil die auch besonders absurd sind. Weil die immer nacheinander kamen und nichts passiert ist. Ja. Aber ganz ehrlich, da würde ich meine Moral auch verlieren, wenn ich schon die zehnte Schlacht mittlerweile am Isonzu gemacht habe. Ich weiß, das bringt einfach nichts. Ja. Wenn die ganzen Kameraden hier drauf gehen wie und ich könnte der Nächste sein, da hätte ich auch keine Lust mehr. Und ganz ehrlich, also das ging 30 Kilometer Gebiet um Triest, das ist italienischsprachig, also auch wo es österreichisch ist, und um Südtirol, was sehr deutschsprachig war. Und ganz ehrlich, das ist es einfach nicht wert, wegen so einem Käse so einen Krieg zu führen. Also das ist auch nicht so motivierend. Da haben wir allerdings viele Gebiete im Ersten Weltkrieg, also auch Werder und Hügel 60, Schlacht in der Somme und so weiter. Das ist ja alles, ja. Vielleicht dann doch mal auf das zweite Buch von Anton Holstner, das Lächeln der Henker. Ja. Wir sagen, wir gehen durch die erste Seite an. Hier sieht man wie ein Henker, also quasi ein dicker Mann mit Melone und Bart, lächelt in die Kamera und hat an der Henken quasi am Brett hängen. Da wurde einer erhängt und die Leute stehen grinsend daneben. Und das Buch heißt das Lächeln der Henker. Und quasi der Autor, der Fotosjournalist versucht, also ich versuche, schreibt ein Buch über die Wirkung dieser Bilder, woher sie kommen, was sie für eine Wirkung hatten. Sehr, sehr interessant. Auf einem Makar, also muss man halt, das ist ein spezielles Thema. Und der Typ, der da hängt wurde, kommt aus Trieste, ist Italiener und hat sich, ist quasi als Italiener, hat sich geweigert für Österreich-Ungarn zu kämpfen, ist nach Italien geflohen, hat auf italienischer Seite gekämpft und wurde gefangen genommen. Und dann in einem berühmten Prozess, der damals nicht alle in den Medien ging, gehängt. Weil er war ja Staatsbürger Österreich-Ungarn, auch wenn er Italiener war, weil Trieste war italienischsprachig. Und er hat ja quasi als Deserteur sein eigenes Land verraten und wurde dafür gehängt. Und das ist das Bild von seiner Hinrichtung, wo so ein Wiener, dicker Henker gleich in die Kamera guckt und sagt, guck mal, was für einen tollen Job ich gemacht habe. Und um diese Bilder und um diese Geschichten redet das zweite Buch. Das kann ich ja noch mal in der nächsten Folge. Von Anton Holzer, das Lächeln der Henker. Ja. Das ist wirklich interessant. Also das ist so ganz komisch, wie Leute nach einer Hinrichtung gleich in der Demstunde können, davon ein Bild machen können. Davon handelt, von diesem Aspekt der menschlichen Psyche handelt dieses Buch. Generell, die Südtiroler hatten es ja in der Geschichte nicht sehr einfach. Sie waren ja sehr, sehr oft, ich glaube, sie waren zwischendurch auch mal Franzosen, kann das sein? Da war doch mit Napoleon. Wir waren alle mal Franzosen. Ja, okay. Also die Franzosen sind bei uns auch einmarschiert in Berlin. Bei uns ist Berlin, um es mal zu erwähnen, für die Hörer, die nicht aus Berlin kommen. Ja, allerdings ist es in Südtirol hat es innerhalb von, ich glaube, 60 Jahren, gab es da irgendwie einen Haufen neue Flaggen, die da immer wieder gehisst wurden. Ja, aber die Franzosen war noch, da war noch dieser berühmte Feldvolksheld, wie hieß der denn nochmal? Es gibt so einen ganz berühmten Volksheld, da gab es noch ein paar Zeitgeschichten im Podcast. Ich google das mal. Du meinst Zeitzeichen, meinst du? Ja. Das sucht der Luis mal raus. Tiroler Volksheld, Andreas Hofer, wer kennt ihn nicht? Ach ja, stimmt, Andreas Hofer. Der berühmte Partisan. In Frankreich ist er ein Terrorist für die Tiroler ein Volksheld, wie das halt immer so ist, Definitionssache. Für ein freies Südtirol. War das nicht auch bei Vrind irgendwie? Ja, das war auch bei Vrind Geschichte. Ja, genau. Andreas Hofer, sehr, sehr bekannt, aber ich würde sagen, wir schweifen ab. Aber Andreas Hofer, sehr, sehr interessant. Südtirol, ihr merkt, man könnte sich jetzt ewig allein mit diesen ganzen Themen da beschäftigen. Aber wir sind ja immer tagesaktuell vor 100 Jahren. Was haben wir noch, Steffen? Tagesaktuell vor 100 Jahren. Feiert man gerade in Braunschweig. Was? Denn die TU Braunschweig kriegt ein flugwissenschaftliches Institut heute, naja, vor 100 Jahren und sechs Tagen, sieben Tagen. Hightech in Braunschweig. Ja. Und wir, Luis und ich, wir haben uns mal gefragt, hatte das eigentlich Auswirkungen? Wie sieht denn die TU Braunschweig heute aus? Wir haben wirklich die Seite besucht und versucht, dieses Institut, was vor 100 Jahren gegründet wurde, wiederzufinden. Ja, und dabei hast du eine, hast du die Fakultäten und Institute rausgefunden von der Seite. Ja. Und ja, na gut, es gibt einige Studiengänge. Die irgendwas mit Flug heißen, aber das spannende Ding hast du rausgefunden, indem du einfach mal jemanden fragst, der Luft- und Raumfahrttechnik studiert, was die wesentlich schlauere Variante ist. Ja, ich habe eine Freundin von mir gefragt, die an der TU Berlin studiert. Ja, wir haben dort zu dritt Abi gemacht. Ja. Ja. Du kennst ja auch, Luis. Richtig. Wir können sie auch beim Namen nennen, denn sie hört unseren Podcast eh nicht. Hallo Lydia. Hallo Lydia, du hörst uns nicht zu, aber danke für den Tipp. Vielleicht, sie wollte uns mal zum Einschlafen. Ja, egal. Jedenfalls meinte sie, dass unter anderem bei der TU Braunschweig auch das DLR sitzt, also Institut für Luft- und Raumfahrt. Ja. Hat ihren Hauptsitz allerdings in Köln, aber in Braunschweig auch. Jetzt wissen wir nicht, ob das was damit zu tun hat, dass vor 100 Jahren und 7 Tagen, also letzte Woche vor 100 Jahren, da dieses Institut gegründet wurde. Aber es ist ein interessanter Fakt, dass 100 Jahre später dort das DLR auch sitzt, in Braunschweig. Wir würden sagen, uns ist die Kausalität jetzt nachweisbar hier an der Stelle nicht bekannt, aber das kann kein Zufall sein. Bam, bam, bam. Genau, Verschwörungstheoretiker vereinigt euch da. Ja. Gut, dann haben wir, wir kommen zum Sendungstitel mittlerweile. Ja. Und zwar, der Sendungstitel heißt ja, Gandalf der Weiße. Ja. Wer war denn Gandalf der Graue eigentlich bei uns, Luis? Jetzt muss ich. Welche Assoziationen haben wir damit? Und zwar, wir haben, jetzt muss ich mehrere Worte verwenden, die ich nicht aussprechen kann. Also zuerst, es gab ja die ganz große bekannte Schlacht in der Stadt mit Frau. Soll ich jetzt probieren? Ja. Werde. Ja. Vor dieser Stadt gab es diese ganz große Schlacht. Die Deutschen haben ja eine Offensive durchgeführt. Die Deutschen waren die Angreifer und die Franzosen die Verteidiger. Und als die Offensive anrollte, wurde quasi ein neuer Oberbefehlshaber auf französischer Seite benannt. Philippe Pétain. Richtig. Und der hat Verdun verteidigt, erfolgreich. Und er ist wie Gandalf. Er kam, sah, hat gesagt, ihr kommt hier nicht vorbei und sie kamen nicht vorbei. Es gibt auch noch heute ein Denkmal, wo dann draufsteht, sinngemäß, sie kamen nicht vorbei. Und vielleicht für alle, die Herr der Ringe nicht kennen sollten, die zwei Leute. Es gab eine Brücke in den Zwergenhöhlen von... Keine Ahnung. Es gab so eine Zwergenhöhlen. Ja, das... Von Moria. Am Moria. Ja, jetzt wurde es gesagt. Moria, da sind die Gefährten durch und sie wohnen vor dem Balrog, verfolgt, ein Wesen aus der Hölle, gemacht aus der Macht der Magie, nicht besiegbar. Es gab eine ganz schmale Brücke und die mussten von diesen Dämonen fliehen, die in die Berge, die die Zwerge quasi in den Tiefen des Berges gefunden haben. Die reagieren nach Gold. Und Gandalf stellt sich auf diese Brücke hin und opfert sich für seine Gefährten, indem er den Stab in die Brücke rammt, die Brücke zum Einsturz, bringt und schreit, du kommst für mich vorbei. Und der Balrog und Gandalf, der damals noch Gandalf der Graue hieß, stürzten die Tiefen des Berges. Und ich weiß noch, wie ich damals zur Schule ging, als ich den Film geguckt habe und völlig entsetzt war, dass Gandalf tot ist. Wir waren total entsetzt. Ich nicht. Gut, aber im nächsten Teil kommt er ja wieder als Gandalf der Weiße. Richtig. Er hat den Balrog besiegt und wurde von den himmlischen Wesen zurückgeschickt auf die Erde mit mehr Macht und mehr Power. Und auf einmal war er Gandalf der Weiße. Und wir haben bei uns jetzt auch, wir hatten Gandalf den Grauen Philippe Peton. So, und jetzt haben wir wieder Gandalf der Weiße. Also es hat anscheinend diese Meldung, über die wir jetzt reden, etwas mit Philippe Peton zu tun und mit seiner Rückkehr und mit mehr Power. Ja. Denn am 15.05.1917, das war heute vor 100 Jahren und fünf Tagen. Ja. Da, ähm, Henri Philippe Peton wird der Nachfolger von Nivelle. Und der wird jetzt Oberbefehlshaber der französischen Armee. Und da können wir jetzt mal über den Grund reden. Denn es gibt, damit zu tun hat die Nivellschlacht. Ich hoffe, dass man diesen Typen übrigens so ausspricht mit Nivell. Er schreibt sich N-I-V-E-Doppel-L-E. Ruft uns an, wenn wir es falsch aussprechen, garantiert spielen wir euch ein in der nächsten Folge. Genau. Hilft uns allen. Und diese Nivellschlacht, die war sehr, sehr wichtig, denn die beginnt am 10.04. 19.04.1917. Ja. Also vor 100 Jahren und einem Monat und ein paar Tage. Und die Taktik, die war sehr, sehr umstritten damals. Einige Tage bevor diese Schlacht begann, hat man sich zusammengesetzt. Und dieser Oberbefehlshaber Nivell und sehr viele Generäle und haben über die Schlacht gesprochen und den Sinn dieser Taktik. Denn vor 100 Jahren, im April, sah die Deutsche Front so aus im französischen Inland, dass sie so eine Art Horn gebildet hat. Ja. Also so eine Art, wie du es vorhin beschrieben hast, als Beule. Und das Ziel war, dass man diese Beule jetzt von beiden Seiten, von französischer Seite ausflankiert und die, innerhalb von 48 Stunden, wollte man dann die Deutschen besiegen. So. Und wir mussten kurz die Batterie wechseln. Aber jetzt geht es bald gleich weiter. Wo wir waren stehen geblieben mit Horn. Genau. Horn. Und innerhalb von 48 Stunden sollten die Deutschen also über so ein Flankieren besiegt werden an diesem Horn bei Aras. Und das haben damals dann kurz vor dieser Schlacht die ganzen Generäle auf einer Sondersitzung höchst kritisiert. Denn die Deutschen hatten schon im Februar begonnen, darüber hatten wir berichtet, mit dem Ausbau der Siegfriedlinie. Das heißt, sich geplant zurückzuziehen. Und vorher die Rückzugsposition massiv auszubauen. Genau. Das heißt, dieses Horn ist zwar theoretisch noch da, aber eigentlich sind dort gar keine Deutschen mehr. Denn die haben sich ja schon ins Inland zurückgezogen. Und das haben die ganzen Generäle damals sehr kritisch gesehen, weil jetzt die Deutschen sich da verschanzt haben und somit auch nicht mehr gut flankiert werden können, beziehungsweise nicht mehr gut angegriffen werden können. Und die Frage ist jetzt, sollte es jetzt trotzdem noch weitergemacht werden? Und der Neville hat dann sogar gesagt vor den ganzen Generälen und dem Ministerpräsidenten von Frankreich, dass er auch seinen Rücktritt angeht. Also, sie müssen diesen Angriff nicht machen. Er nimmt jetzt ja auch seinen Rücktritt, gibt er bekannt. Und der Staatspräsidenten hat dann zum Entsetzen der Generäle gesagt, nein, Neville, wir vertrauen, wir machen diesen Angriff. Worauf er denn am 10.04. begann. Die Schlacht von Neville. Und die wurde dann am 6.05., also noch nicht mal einen Monat später, abgebrochen. Mit furchtbaren Verlusten. Also, es war zwar eine französische Offensive, aber sie wurde auch von Seiten der Deutschen abgebrochen. Auch die Deutschen haben nicht mehr probiert, da noch irgendwie Offensiven zu starten. Und es gab massive Verluste bei den Franzosen, 187.000 Franzosen. Ja. Und circa 20.000 weniger bei den Deutschen. Und Fadi, du musst ja sagen, wenn nichts passiert, hat der Angreifer ja verloren, weil der Angreifer wollte ein Ziel erreichen, der Verteidiger wollte nur da bleiben, wo er ist. Und wenn du mit der kranken Logik der damaligen Zeit rangehst, denn die ganzen Generäle haben mit Menschen gerechnet, also mit der Anzahl Menschen, dann haben die Franzosen hier deutlich verloren. Denn sie haben deutlich mehr Menschen verloren. Ich würde aber so nicht argumentieren. Es gibt erstmal den moralischen Gesichtspunkt und zweitens könnte man es wieder verargumentieren, wenn du diese Logik zu Ende denkst, die kalte Logik des Krieges, dass die Deutschen weniger Ressourcen haben, sprich Menschen. Ja, das ist klar. Das sehen das mehr wie tot. Ja. Es ist eine sehr kranke Logik. Aber wir können es zumindest so sagen, dass wir da keine Meinung persönlich zu haben, dass wir einfach nur darauf hinweisen wollen, dass die Entscheider damals so gedacht haben und aufgrund dieser Logik Entscheidungen gefallen wie Offensive, ja, nein. Also Verdun war eine einzige Kalkulation auf dieser Basis, dass die Offensive gar nicht erfolgreich sein muss. Man muss nur viel mehr Gegner umbringen als selber eigene Leute sterben. Dann ist sie erfolgreich. Das war ja die Idee dahinter. Genau. So, und jetzt ist es also eine Offensive, bei der schon von Beginn an, schon vorher die ganzen Generäle dagegen waren. Und jetzt wird sie auch noch verlustreich abgebrochen. Und deswegen muss jetzt dieser Niveau gehen. Und Philippe Peton, der Held von Verdun, wie er damals so angepriesen wurde, der übernimmt jetzt seinen Posten. Heute, vor 100 Jahren und 5 Tagen. Genau. Und das ist jetzt sozusagen Philippe Peton. Er ist Gandalf immer noch, weil er sagte damals bei Werder, ihr kommt hier nicht vorbei. Und er ist jetzt Gandalf der Weiße, denn er hat jetzt mehr Power. Er ist jetzt der Oberbefehlshaber der französischen Armee. Genau. Gandalf der Weiße. Und ich meine, die Franzosen lieben ihn, weil diese Schlacht von Verdun, das ist für die Franzosen ein Nationalepos. Das waren, die Deutschen haben ja extra da angegriffen, waren die Franzosen, diese Stadt so wichtig ist. Und dass er das gehalten hat, das heißt er nicht persönlich, aber er war halt der oberste Schamane vor Ort und das Ding ist nicht verloren gegangen. Also hat es eher gehalten sozusagen, man braucht ja immer einen Helden. Ist er jetzt der Oberheld und deswegen ist er jetzt Oberkommando. Hat jetzt sehr lange gedauert, dass er Chef wird, weil die davor haben ihn lange gefürchtet und wollten nicht, dass er dasamt übernimmt, logischerweise. Es hat ein bisschen gedauert, bis er sich durchgesetzt hat. Er wird nochmal eine Rolle spielen, auf jeden Fall am Ende des Krieges und dann auch nochmal im Zweiten Weltkrieg. Eine sehr prominente Rolle. Aber bis zum Zweiten Weltkrieg haben wir ja noch einige Jahre vor uns. Absolut. Ich bin damit am Ende der Meldungen gelangt und ich habe noch was mitgebracht, Luis. Also man muss, also man möchte erst mal sagen, Stefan sagt, er hat was mitgebracht und packt das goldene Buch von 1917 draufsteht, voller handgeschriebener Notizen weg und holt irgendein anderes Buch hervor. Was holst du hier vor? Also nee, ich hole jetzt erst das 1917 goldene Tagebuch. Genau, das ist ein Tagebuch. Und ich habe ja, ich war ja in Großbritannien und habe dem ja The Last Post geschenken lassen von Fräulein Kleewald. Sei gegrüßt an dieser Stelle. Geschrieben von Max Arthur. Und kurz, wer das letzte Mal nicht mitbekommen hat, dieser Max Arthur hat ein Buch geschrieben, er hat sich, ich glaube, um 2004 herum mit ganz vielen Veteranen getroffen, die den Ersten Weltkrieg überlebt haben und immer noch lebten, also alle so um die 100 Jahre alt waren. Und da hatte ich schon mal vor ein paar Episoden eine Geschichte vorgestellt von einem Veteranen und diesmal habe ich noch einen mitgebracht, einen weiteren. Und diesmal Private Albert Smiler Marshall. Smiler ist sein Spitzennamen, wieso er so hieß, da kommen wir noch gleich zu. Und dieser Albert Marshall war private im First Battalion Essex, Geomany. Ich kann es nicht richtig aussprechen. Essex ist ein bekannter Ort, diesen anderen Ort. Das ist eine Grafschaft. Also er kommt aus Essex, das ist ein Grafschaftengebiet in England. Ja, ich kenne mich mit den ganzen Gebieten da nicht so. Das ist Mittelengland, Essex. Danke. Und der wurde ungefähr 108 Jahre, also er wurde 108 Jahre alt, lebte von 1897 bis zum 16.05.2005, also vor vier Tagen und zwölf Jahren ist er gestorben. Und das ist ganz, also wenn man sich die Geschichte von dem Veteran davor durchliest und diese von diesem Smiler Marshall, dann fällt einem erstmal auf die Länge der Geschichte. Denn dieser Smiler Marshall, der redet unfassbar viel. Das sind ein Haufen Anekdoten. Das ist auch nicht alles sehr interessant. Also bei vielem habe ich mich ehrlich gesagt etwas gelangweilt. Aber er redet auch von seiner Kindheit, unter anderem, wie sie da so Fuchs und Jäger gespielt haben, wie sie Hufeisen geworfen haben und wie ihn sein Bruder immer in einer Orangenbox auf dem Fahrrad zur Schule gebracht hat, wie sie da in diese selbige Orangenbox auch Pferdeäppel von der Straße reingeworfen haben. Du hattest aber was Schönes erzählt von der Gans. Genau, da habe ich mich, das war ein Übersetzungsfehler mit der Gans übrigens, das muss ich richtig stellen. Und zwar habe ich erzählt, dass er auf einer Gans reiten lernte, das stimmt aber nicht. Ich habe Goat mit Gans verwechselt, das ist aber eine Ziege. Flandel über meinen Haupt, ich weiß, dass es ein krasser Übersetzungsfehler war, aber ich hatte irgendwie im Kopf, dass es eine Gans war. Goat und Gans, ich meine, naja. Es ist hier Buchstaben und G. Es ist eine Ziege. Ja. Ja, da kann man nicht dran vorbeireden. Genau, er hat auf einer Ziege reiten gelernt und diese, das ist sehr, sehr wichtig, dass er reiten gelernt hat. Denn wie fing das alles an? Mit zweieinhalb Jahren hat die selbige Ziege ihn in einem kleinen Auto hinter sich hergezogen. Später wurde er dann von dem Vater auf das Zieges Rücken gesetzt. Das fand die Ziege nicht gut. Dann haben sie beide herausgefunden, dass es aber einigermaßen geht, wenn er sich falsch rum auf die Ziege setzt, also mit seinem Kopf Richtung Hintern der Ziege und sich beim Vater festhält. Dann geht es. Dann ist er umgestiegen auf ein kleines Pony und dann auf ein Pferd. Der war ein sehr guter Reiter. Auch als Veteran kam er dann in eine, also kam er dann zur Kavallerie. Und genau, wie kam er zum, wie kam er dazu? Ich hatte ja gesagt, als wir über das Alter der Kriegsdienstfähigkeit sprachen, dass er sich schon vor, bevor er 18 wurde, eingetragen hat. Und das kam 1914 der Fall, dass Kriegseintritt war und gegen Ende 1914 in seinem Ort kam ein Besuch, nämlich Jack Johnson. Jack Johnson war damals, wenn man sich, wenn man den Namen und an Prominente denkt, dann dachte man nicht wie heute an einen Surfer, der aus Australien kommt und Lieder schreibt und mit Ben Stiller irgendwelche Musikvideos macht. Nein, Jack Johnson vor 100 Jahren war ein Box-Champion. Kannst du ihn? Nein. Nee. Lustigerweise, ich habe mal nachgeguckt, wer das ist und der kommt aus den USA. Und die hat er kennengelernt? Nee, der Jack Johnson war da, um für den Kriegseintritt zu werben, dass man sich, dass man join Kitchener's Army. Ah, da haben die Box halt geschickt, weil es ja ein Mann, Berich, Kämpfer und wenn man jetzt auch so ein toller Hecht sein will, geht man zur Army. Your country needs you. Als Amerikaner. Genau, da habe ich mich gefragt, da passt doch irgendwas nicht zusammen. Ja, da hat man mir, hat mich da, hat man im Internet nachgeforscht und das Interessante ist, dass der einer der ersten Champions ist im Schwergewicht, Boxen, aber schwarzer war. Und der hat in den USA stark mit der Rassenverfolgung Konflikte gehabt, unter anderem, wenn ich das richtig verstanden habe, hatte er eine Liebelei mit einer Frau, mit einer weißen Frau und sollte deswegen ins Gefängnis und ist aber nach Europa geflohen und hat unter anderem in Frankreich weitergeboxt und konnte dann aber mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges dort nicht mehr weiterboxen und hat dann, ist dann halt umhergezogen. Als Maskottchen. Als Maskottchen. Unter anderem auch in der Grafschaft von diesem jungen Private Albert Marshall. In Essex, das ist die Grafschaft über London direkt an der Küste zur Nordsee. Ah ja. Da leben eine Million Leute drin. Interessanterweise meinte er, dass er erst mit vier Jahren das Meer gesehen hat. Aber das ist der Essex ist ziemlich mehrig. Mehrig. Also das ist ungefähr sowas wie Bremen und Emden, also sowas wie, also von der Größe her sowas wie Ostfriesland, von der Fläche her. Interessant. Ja. Mit Emden so, ja. Genau und daraufhin, weil halt Ende 1914 dieser Boxer da ist. Man muss dazu sagen, wenn man diese Geschichte liest, dann, ich bilde mir jetzt selber ein, dass es Ende 1914 gewesen sein muss, als dieser Boxer da war. Es ist in dem Buch ein bisschen ... Der Kitcheners Army war auf 1915. Ja, ja, man sollte ja auch erst joinen. Also es ist ein bisschen verwirrend, wann dieser Boxer da war und wann er sich der Army, also feststeht, dass er der Army Ende 1914 sich anschließen wollte. Der Boxer muss schon vorher da gewesen sein. Ich gucke mal, wann die Kitcheners Army gebetet wurde. Das hat auch der Autor erwähnt, dass teilweise die Veteranen ja, dass die erzählen ja aus ihren Erinnerungen und nicht alle Daten und Fakten können so noch in der richtigen Reihenfolge sein. Also die sind ja über 100 Jahre alt, mit denen er sich da unterhält. Ich will nicht wissen, wie viel ich noch, wenn ich 100 Jahre alt bin, durcheinander bringe. Vielleicht nur als Anmerkung, die Engländer hatten ja eine ganz kleine Berufsarmee als einzige Nation, keine Wehrpflichtigen und die hatten 100.000 Mann ungefähr in Frankreich. Und die haben echt Verluste hinnehmen müssen in der Anfangsoffensive auf Frankreich mit der Mahneschlacht 1914. Wir erinnern uns, das ist ja schon eine Weile her. Und als Reaktion darauf hat England beschlossen, seine Armee aufzubauen und es wurde die Kitcheners Army gebildet. Das war nach einem Politiker, Lord Kitchener, der halt Leute für seine Armee geworben hat. Und in dieser Zeit spielt das. Und dieser Lord Kitchener ist halt mit einer Reihe von Box-Champions durch die Gegend gezogen. Unter anderem auch mit diesem Jack Johnson. Ja. Fest steht aber, dass er Ende 1914 kurz vor Weihnachten in ein Rekrutierungsbüro gegangen ist. Und wenn man jetzt richtig rechnet, dann stellt man fest, dass er zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre ist. Man aber 18 Jahre sein musste, um sich anzuschließen. Und er geht nun also mit seinen 17 Jahren in dieses Büro, setzt sich gegenüber von diesen Armee-Menschen hin. Und der Armee-Mensch fragt, ja, wie alt bist du denn, mein Junge? Und er sagt, ich bin 17. Hm. Vielleicht hast du mich nicht ganz verstanden. In welchem Jahr wurdest du denn geboren? Und er sagt, 1897. Und der Armee-Mensch sagt, hm, also irgendwie scheinst du mich hier nicht richtig zu verstehen. Geh doch nochmal bitte raus und denk nochmal über deine Antworten nach. Und der Armee-Mensch mit seinen 17 Jahren hat das nicht ganz verstanden, was jetzt hier abgeht. Der wollte sich doch nur einfach einschreiben und sagt, dass er 17 ist. Das stimmt doch. Aber jedenfalls geht er raus und erhält sich mit einem anderen, der sich gerade rekrutieren will. Und dann sagt der andere Typ zu ihm, ey, du Idiot, du sollst einfach sagen, dass du 18 bist, dann kommst du hier rein. Und wenn du 17 bist, machst du das, weil du willst ja nicht reinkommen. Genau. Und jedenfalls geht er nochmal zurück in das Büro und der Armee-Mensch fragt, wie da bist du, mein Junge? In welchem Jahr wurdest du denn geboren? Und er sagt diesmal nicht 1897, sondern 1896. Dann sagt er, congratulations, du darfst Weihnachten noch zu Hause bleiben. Am 5.1. kommst du bitte in den und den Ort und dann geht's weiter. Dann bist du in der Armee. Yippiey. Ja. Und er kommt tatsächlich zu so einer Kavallerie-Einheit, weil festgestellt wird, dass er sehr gut reiten kann. Er hat schon seine ganze Kindheit. Ich meine, wer auf einer Ziege reiten lernt, der muss einfach auch als Erwachsener mit 17 gut reiten können. Und damals war Kavallerie das coolste überhaupt. Also Fußsoldat war was für die Leute, die es nicht drauf hatten und die, die cool sein wollten. Das ist sowas wie heute Navy-Kampfpilot im Jet, war damals Kavallerie. Ja. Um es nochmal klar zu sagen, es war wahrscheinlich für sich richtig gefreut. Haha, ich 17, ich Kavallerist, ich bin der Allergrößte. Ja, du merkst auch, also dieses Thema Pferd und Reiten, das zieht sich durch seinen gesamten Lebenslauf. Der ist absolut Pferde vernaht. Ja. Und jetzt kannst du ja nicht als 17-Jähriger einfach an die Front geschickt werden, sondern du musst dir erstmal ein kleines Training absolvieren. und es kommt halt dazu, dass er Training hat und die ganzen Rekruten sollen sich da, also da Kraftübungen machen, rumspringen und so weiter und es ist noch Winter und alle sollen sich schnell vorbeugen und ihm fällt nichts Besseres ein, als einen Schneeball zu formen und jemanden auf den Arsch zu zielen und zu bewerfen. Ja. Das finde ich witzig. Ja, aber das machst du nicht beim Militär. Was ist da passiert? Das würde mich interessieren. Ja, der Sergeant sagt und guckt ihn an und sagt, you can break your mother's heart, but you won't break mine. Und der Marshall guckt, probiert ganz unschuldig zu gucken und dann sagt der Sergeant zu ihm, yes son, I'm talking to you, Smiler. Und daraufhin hat er seinen Spitzennamen Smiler bekommen. Ja. Am nächsten Tag hat ihn einfach jeder mit, na Smiler, wie geht's, angesprochen. Und das, also er hat sich selber auch vorgestellt als Albert Smiler Marshall, also diesen Spitzennamen hat er jetzt seitdem er 17 ist und dann auch noch die nächsten über 80 Jahre behalten. Ist aber ein schöner Spitzname. Ja. Und er hat auch gesagt, ja, ich habe immer probiert, meinem Spitzennamen gerecht zu werden. Vielleicht auch eine Art, diesen Krieg zu überstehen. Und alt zu werden. Und alt zu werden, ja. Generell lese ich ja auch dieses Buch sehr gerne, um rauszufinden, wie diese Herrschaften trotz Erster Weltkrieg und auch wenn sie den Zweiten Weltkrieg nicht mehr aktiv mitgemacht haben, aber miterlebt haben und teilweise ja auch in irgendwelchen Heimatfronten waren, wie sie so verdammt alt werden konnten mit so blöden, dämlichen Erinnerungen. Also da muss, die müssen noch irgendein Geheimnis haben. Ich probiere dieses, diesen Code zu lesen. Ja. Und bis jetzt habe ich sowohl von davor als auch bei ihm diese Message rausgelesen, man muss einfach weitermachen. Es ist kacke gewesen. Man darf sich aber nicht in Erinnerung, man darf da nicht hängenbleiben und man muss einfach weitermachen. Kann man so stehen. Klappt, glaube ich, nicht immer und nicht jedem. Jedenfalls, um wieder auf sein Leben zurückzukommen, er war auch bei Verdun. Ja, also Erster war Kavalerist. Kavalerist, genau. Ist ja damit dann nach Frankreich rüber, 1915, da kam ich nach Gallipoli oder sowas. Nee. Nach Frankreich, war dann da am Schütz gegraben. Naja, bei der Kavalerie sah das halt so aus, unter anderem bei Verdun. Er sagt doch, dass sie ständig hin und her, sich hin und her bewegten, damit die Deutschen nie wussten, wo die jetzt genau sind. Die sind immer nach links, nach rechts gegangen und so weiter, damit die nie genau wussten, wo sie sind. Und wenn jetzt die Deutschen, weil wir da durchbrachen oder durchzubrechen drohten, dann sah es so aus, dass immer im Schnitt drei von vier sind von den Pferden abgestiegen und haben Infanterie sich gebildet. Also haben sich schnell so ein Graben gebuddelt, sich da verschanzt und haben dann halt probiert, die Deutschen abzuwehren. Und der vierte von den jeweiligen hat dann die Pferde in Sicherheit gebracht. Und dann haben die halt so lange da ausharren müssen, bis dann abends die tatsächliche Infanterie kam. Ah, die waren dann sozusagen Feuerwehr. Genau. Klingt nicht gut. Nee, das klingt richtig Mist. Und die waren dann sozusagen auch immer zwischen, also wenn du selber in der Situation bist, dass du die Deutschen abwehren musst und auf deine eigene Infanterie warten musst, dann sieht das so aus, dass deine Infanterie ankommt und hinter dir einen Graben baut. Das heißt, du bist dann zwischen deiner Infanterie und den Deutschen auch noch und zwischen, also über dir wird hin und her geschossen. Hervorragend. Das ist richtig mies. Also, ja. Und er sagt auch, er hat insgesamt zweimal Gas richtig schlimm mitbekommen. Einmal hat sich der Wind gedreht, zu den Deutschen rüber, was Glück war für ihn. Und das zweite Mal, da hat er ein bisschen was abbekommen und er sagt, dass er heute immer noch die Auswirkungen spürt davon. Also, ihm haben die Augen getränt. Er hat nur ein bisschen eingeatmet und die haben furchtbar die Augen getränt. Und auch nach über 90 Jahren hat er immer noch, um sechs Uhr morgens muss er sich massiv kratzen und er kriegt immer noch Medikamente dagegen. Das lässt einfach, also er kann nicht kuriert werden. Diese ganzen Medikamente kurieren das nicht. Da habe ich aber auch schon ein bisschen rausgelesen, dass es vielleicht auch einerseits alter ist, andererseits vielleicht auch psychisch. Wenn du jede Nacht genau um sechs Uhr aufwachst und dich kratzen musst, weiß ich nicht. Das klingt so ein bisschen für mich nach Psyche. Anders formuliert der entscheidende Fakten. Ich meine, der hat Notwehrfeuereinsatz vor Badon gespielt. Das ist schon hart. Und wenn der sagt, Giftgas ist so schlimm, dass ich 90 Jahre lang mir morgens um sechs die Augen kratze, warum auch immer. Ich meine, der hat ja schon, also der weiß, was schlimm bedeutet. Und wenn das richtig schlimm ist für ihn, das kann man so einen Raum stehen lassen. Ja. Und das war aber nicht die schlimmste Erfahrung für ihn im Krieg. Der hat erzählt, seine schlimmste Erfahrung hat er bei Mehmetz Wood gemacht. Wo? Mehmetz Wood schreibt sich M-A-M-E-T-Z. Mehmetz? Wie Mammut? M-A-M-E-T-Z. M-A-M-E-T-Z. Okay. Kannst du dir mal kurz nachschlagen? Ja. Ich hatte das auch nachgeguckt. Ich habe wieder vergessen, wo das war. Mehmetz Wood. Genau, der Louis recherchiert gut. Und er sagt, das war Worst Thing I Saw. Also das Schlimmste, was er da gesehen hat im Krieg. Und er sagt, das kann man vergleichen mit einer kleinen Somme. Also die Somme war für die Briten ja auch eine der schlimmsten Schlachten, die die mitgemacht haben. Und das war sozusagen eine Somme in klein. Und man kann sich die Front dort vorstellen, dass es zwei Wälder gab. In dem einen Wald an der Grenze lagen die Deutschen. Und auf dem anderen Wald, auf der anderen Seite, auf einem kleinen Hügel, lagen die ganzen Briten. Und jetzt begab es sich so, dass durch einen glücklichen Zufall, oh, Louis hat es herausgefunden, wo das liegt. So sieht das aus. Moment. Ich habe ein Bild vom Schlachtfeld. Wir verlinken das. Man sieht hier den einen Wald, da den anderen Welten, die freie, offene Fläche mit dem Mauer hier. Das ist ein bisschen Mauer jetzt. Ich würde da gerne mal hinreißen, Steffen. Wo ist denn das genau? Hast du das herausgefunden? Ja, das, äh, äh, ha, ha, ha. Das ist jetzt, das ist Frankreich, das ist wahrscheinlich. Ich würde mal jetzt bei. Somme. Ja, da Belgien, in Nordfrankreich, bei Belgien, an der Somme da. Gut. Nee, wir können ja den Wikipedia-Artikel da verlinken. Ja, Thema. Ich habe mir jedenfalls, ich habe noch nie davon gehört, ich werde mir das mal durchlesen. Genau, und das Schlimme für ihn war halt, er, er war halt, ähm, glücklicherweise an diesem schlimmsten Tag für ihn, nicht im aktiven, nicht als aktiver Soldat, wenn man das mal so sagt. Also er musste nicht aufs Schlachtfeld. Er hatte nur so einen Arbeitsdienst. Ja. Und die Ox-and-Bugs-Brigade, die kam an und die kamen frisch aus England, hatten auch noch Kleidung, die komplett neu waren, noch nicht zerrissen, die haben auch noch alle Witze gemacht und waren noch fröhlicher Natur. Und er und seine ganzen Kameraden, die hatten total zerschlissene Kleidung und waren voll mit Dreck und so weiter. Und diese Ox-and-Bugs-Brigade, die hatte nun aber Dienst und mussten tatsächlich auch kämpfen. Und es sah so aus, dass sie zwei Tage und zwei Nächte die Deutschen bombardiert haben. Er sagt, es war Donner und Blitz, anders kann er das nicht beschreiben. Und nach diesen zwei Tagen und zwei Nächten durchbombardieren, musste dann die Ox-and-Bugs-Brigade, Brigade, in Richtung Deutsch stürmen. Man sagt ins No-Man's-Land, also Niemandsland. Niemandsland, kann sich jeder vorstellen, da gibt es kein Leben. Und er sagt, dieser Angriff fand statt um 6.30 Uhr morgens und kurz vor 9 Uhr waren bereits fast alle tot. Und es wurde Nacht. Wie gesagt, der Marshal hatte Arbeitsdienst und der Arbeitsdienst sah so aus, dass sie die Leichen eingesammelt haben, in kleine Kuhlen reingelegt haben und nur ein ganz bisschen, ein kleines bisschen Erde rübergepackt haben, sodass sie aufs Nötigste bedeckt waren, die Leichen. Und er sagt, am nächsten Morgen sah man nichts mehr. Die waren komplett, sind da komplett in den Boden versackt und man sah keine Leichen mehr. Und einfach, das war für ihn einer der schlimmsten Tage, weil ihm da wieder gewahr wurde, dass es jeden treffen könnte. Also es kann sogar dich treffen, gleich im nächsten Augenblick. Ja. Und das ist so sinnlos, letztendlich, dass Ox-and-Bugs-Brigade frisch aus England kommen, zwei Tage leben und bei einem Angriff fast alle tot sind. Ja. Und am nächsten Tag sieht man nichts mehr von dir, du bist weg. Wahnsinn, das muss man auch zeigen, wie sinnlos es ist. Genau, und jedenfalls wurde er auch bei diesen, also er war da sehr lange wohl bei Mamets Woods und wurde auch in der Hand verwundet, musste dann ins Krankenhaus und wurde nach Newcastle geschickt und mit so einer Wunde in der Hand haben die gemeint, dass du nicht mehr reiten kannst, Junge. Und er dachte, ey, ihr habt doch einen Vogel, ich kann reiten, aber sie haben ihn nicht mehr gelassen. Und er musste sich, er beschreibt es wortwörtlich als Umschulung. Er musste eine Umschulung machen. Hat sich, also wenn du jetzt seinen Laufweg, seinen Werdegang hättest, wofür hättest du dich gemeldet? Du musst im Krieg weiter mitmachen, aber wofür hättest du dich gemeldet? Koch. Koch. Also irgendwas, wo du nicht an der Front stehst? Ja. Er hat sich gemeldet, um bei den Maschinenpistolen mitzumachen. Es war damals eine neue Technologie, die Maschinengewehre. Und da wollte er unbedingt mitmachen. Okay, super. Ja, Maschinengewehr-Kompagnie. 240 Schuss pro Minute. Und er meinte, mit einigen Mitteln konnte man es sogar noch schneller machen. Beschreibt ihn sehr schön, wie man Deutsche dazu tötet. Das weiß ich jetzt mal alles weg. Und dann kommt das Kriegsende. Und er sagte, er konnte 1918, hat er sich entschieden, noch weiter zu dienen ein Jahr lang, um da die Demontierung und so noch mit zu beaufsichtigen und im Land zu bleiben. Man brauchte ja noch einige Soldaten, um das da in Deutschland mit zu bewachen. Und man hat dann auch festgestellt, ja, die Deutschen, die sind eigentlich ein ganz normales Volk. Und ja, die haben jetzt halt den Krieg verloren. Aber eigentlich sind die jetzt gar nicht, ist halt so. Die haben das jetzt so hingenommen. Die fanden jetzt auch gar nicht schlimm, dass er jetzt da war als Brite. Sondern er war halt auch nicht mehr der Feind, sondern er war halt damals von der anderen Partei. Und die haben auch teilweise geweint, als der ein Jahr später wieder nach Hause musste. Vorsteht mal, da bist du den Krieg eingetreten und dann waren mit 23 fertig damit. Da waren mit 23 keine Schule, der war dann nur irgendwo in Mermitswutz und hat Leichen verbunden. Also im 1914 Krieg eingetreten. Ja, ja. Und dann hat er geschrieben, wie viel er durch den Krieg jetzt verdient hat, als Sold ausgezahlt bekommen hat, letztendlich. Fünf Jahre lang hat er gedient. Und dafür hat er 26 Pfund und 10 Schillinge bekommen. Ich meine, ein Pfund war schon viel Geld, aber das ging trotzdem nicht viel. Und dann hat er für das eine Jahr extra nochmal 50 Pfund bekommen. Oh, okay. Das hat sich schon gelohnt, das eine Jahr. Ja. Ja, genau. Und dann, also alles, was danach kommt, das ist sehr, sehr viel, sehr, sehr, sehr viele Seiten. Ich möchte es gar nicht jetzt erwähnen. Das ist letztendlich, was kann man machen, wenn man aus dem Krieg kommt? Nicht interessieren, was aus dem geworden ist. Besonders aus dem Zweiten Krieg, welchen Beruf er hatte, ob er Familie hatte und sowas alles. Das würde mich alles interessieren. Das Ding ist, also er hat bei sehr vielen Menschen angefangen, erstmal bei sich im Ort, um da auf die Pferde zu achten. Dann, komischerweise, sterben sehr, sehr viele Gutsherren immer weg, sodass er mal von einem Ort in den nächsten gereist ist mit seiner Frau und dann auch seinen Kindern. Und letztendlich ist er immer irgendwie bei jemandem untergekommen, der Land hatte und Pferde hatte. Als Landarbeiter. Als Landarbeiter und der ihm eine Hütte zur Verfügung gestellt hat und hat da halt im Ort auf die Pferde aufgepasst und auf das Vieh und auch auf den Ort und ist halt auch mal rumgegangen und so weiter und hat geguckt, dass alles seine Richtigkeit hat. Und im Zweiten Weltkrieg konnte er auch gar nicht mehr richtig mitmachen, weil er hat auch ein Auge verloren aufgrund einer Krankheit und hat sich halt so irgendwie über Wasser gehalten und im Zweiten Weltkrieg halt auch. Da hat er jetzt nicht mehr groß was machen können, auch sich niemanden anschließen können, keiner Heimatsbrigade oder so. Mit einem Auge, ja klar. Auch von den Fliegerangriffen hat er was mitbekommen, denn die Deutschen haben einen großen Angriff auch auf seinen Ort gemacht, gestartet und glücklicherweise wurde genau seine Hütte nicht getroffen, aber sein Karten wurde von mehreren Bomben getroffen. Unter anderem wurde auch eine große, ich glaube eine große Eiche wurde entwurzelt und alles. Krasses Ding, dass er da nicht getroffen wurde, hat er mega viel Glück gehabt und hat dann, er sagt, lange Zeit hat er nicht darüber gesprochen, über seinen ersten, also über seinen Krieg da, über seine Kriegszeit. Nur so mit 80, 90, so in den 90ern fing es so an, dass er in sehr vielen Dokumentationen von der BBC mitgemacht hat, auch in Radioshows und so weiter, ist dann auch Vizepräsident von der Vereinigung von Veteranen geworden. Und ja, hat halt probiert, sehr viel Arbeit zu leisten, dass man seine ganzen Kameraden nicht vergisst und auch seinen, also den Krieg halt nicht vergisst, so einfach. Ist auch sehr, sehr oft zu irgendwelchen Denkmälern gefahren und hat da Grenzen niedergelegt. Und hatte ein, ich fand, ein sehr wahnsinniges, spannendes Jahr, äh, Leben, er hatte das komplette, also er hat ein komplettes Jahrhundert miterlebt, ja, Wahnsinn. Und letztendlich, zu dem Zeitpunkt, an dem das Interview geführt wurde, lebte nur noch eins von seinen fünf Kindern, John. Er hatte zwölf Enkelkinder, 24 Urenkelkinder und fünf Ur-Urenkelkinder. Wahnsinn. Genau. Und ist, ähm, ja, der Private Albert Smiler Marshall ist, ähm, ähm, am 16.05.2005 dann letztendlich doch verstorben. Mhm. Bewegt das Leben. Bewegt das Leben. Wirklich Wahnsinn, was sie so alles mitgemacht haben. Ja, also ich kann dieses Buch sehr empfehlen. Ich muss sagen, dass er sehr, sehr viel, ähm, also sehr, sehr viele Seiten gefüllt hat, die teilweise nicht ganz so spannend waren. Ähm. Aber sonst, doch. Es ist eine sehr bewegte und interessante Geschichte. Finde ich gut. Ein deutlicher Mehrwert. Auf jeden Fall. Gut. Damit würde ich sagen, beenden wir die Zeitreise. Ja. Und, äh, ich mach mir einen Tee. Mach das. Ihr vielleicht auch, liebe Zeitreisende. Heute vor 100 Jahren war der 20.05.1917. Und ich würde sagen, in zwei Wochen ist es wieder Zeit zum Zeitreisen. Und zum Schluss sind wir nochmal, Luis und Stefan. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, könnt ihr uns einen großen Gefallen tun. Ruft uns doch bitte an unter der 030 814 55339. Das ist unser Anrufbeantworter. Da gehen wir nicht persönlich an. Ihr könnt uns dort eine Nachricht hinterlassen. Bitte sagt an, wenn ihr nicht direkt in der Folge von uns eingespielt werden möchtet. Ansonsten könnt ihr auch info-at-verhundert.de eine Mail schreiben, aber 030 814 55339 bitte anrufen. Weiter könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr wollt, unter Patreon, Paypal, Flatter, Amazon Wunschliste und auf Honig. Oder bewertet uns auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören.